So, willkommen zurück zu Rainbow Six, gleiche Besetzung wie die letzten Parts, Keller, Maschinensteine, hier in der Yacht und ja, das ist aber Tick, auf jeden Fall Rook auch, einer ist Rook, Mute haben sie noch, sie haben, ok, oh Leute, ich hab die Geisel verletzt, ich bin mit der Drohne gegen die Geisel gesprungen, aber die liegt nicht, die ist nur angeschlagen, kann sie noch weit da hinten wer, nein, dann hab ich Angst, dass sie anfängt zu liegen, ich häng der Geisel im Schritt, das ist eigentlich nicht die Frau, ne, hi, ah, der Mute habe ich gegeben, ok, nur zwei Leute, bist jetzt gesehen, nee, Rook ist einer, wollen wir nicht in die Frontal Garage erinner gehen, ne, geh ich, ja, am besten der Firmheit geht damit, Haben wir schon eine Kamera hier irgendwie down? Ich habe eine down gemacht. Gibt ja nur zwei. Und da ist die andere. Außen kämpft beide down. So viel Weißer Ja, hier ist Uninfost Lässt sich ja ändern Sag ja, deswegen Firmware Und am besten wäre der Fetscher da auch noch Schmeiß mal gegen Wobei Das ist ja sicher Muss er ja nicht unnötig gegen schmeißen, ne ist doch Quark Das ist mozifiert hier Okay Artefakos und Drohne rein, damit ich's mir das anschaue Warte, hier geht man mal nicht rein, ich führ's von oben rein Da ist keiner, das bringt nix Das bringt nix Da ist immer ein Mute Vorsicht Jo Das ist besser, dass ich jetzt für die Feuer bekommen Ja, weil er hat mir 50 Schaden gemacht, schwunden Das ist wie gesagt, ja, voraussicht Da, endlich keiner Da ist ein Schild, äh, wo, genau Da um die Ecke ist ein Schild Oh, die Schild, sie führt Alles safe Da, ich markiere einen Schild, äh, blüß, äh Ist sie egal Und links davon ist auch noch einer Aber bei mir lag, ne Was, ne? Bei mir lag nur noch rum, ich lauf die ganze Zeit nur auf der Stelle Und der wird zurückgeportet Oh, ich hab den Ruck gesehen Oh, ich hab den Ruck gesehen Oh, ich hab den Ruck gesehen Einen hab ich Smuck ist tot So, Ruck Was ist da? Ja, guck mal, was ist hier jetzt? Da müsste der Jäger noch hinter dem Schild sein, wenn er sich bewegt hat Da schießt aber irgendwo noch einer Ja, da kommt noch einer, da kommt noch einer, da kommt noch einer, gelaufen Jetzt müsste der Jäger hinter dem Schild sein Hinter dem Schild hier ist Frost Oh, da hinten ist, glaube ich, noch einer gewesen, oder? Ja, da ist noch einer hingelaufen LOL Hä? Ah, der liegt da vorne Warte mal, wo liegt der? Wo, wo liegt der? Direkt neben der Tür, direkt Rechts neben der Tür Wo? Ja, wo? Rechts neben der Tür Genau Den hab ich schon Einer ist tot Oben, Treppe Letzter Flach, bleiben der Gegner Boah, ich muss nachladen Letztes oben auf der Treppe Nehmt die Geisel, nehmt die Geisel Die einen ablenken, der andere nimmt die Geisel Wir machen die einfach weg Leggy, Leg, Leg, Alter Wo war die Geisel gewesen? Scheiß Legs, ey Boah, dein Ping ist normal Ja, dein Ping ist halt Boah, Alter, das Shooting, ey Es geht immer noch davon aus, dass es bei dir ablenkt Ich höre euch auf Skype sogar, Scheiß Ja Ne, es liegt an der Verbindung, nicht am Spiel 100%, 1000% Wenn Koba uns das Skype scheiße hört, dann liegt das nicht am Spiel Wenn Koba uns das Skype scheiße hört, dann liegt das nicht am Spiel Koba, wie willst du aus? Ich, ich warte doch immer Ja, Koba hat er Ja, ist ja gut Fotze Fick dich Ne, aber halt, weißt du, dadurch das Skype auch lag, weiß ich, das liegt immer in der Verbindung und niemals an dem Spiel Das Spiel ist bei mir Perfekter Ähm, haben wir jetzt gleich einen Raum wie die? Nein Nein Das ist ganz anders Das ist der komplett andere Raum Perfektor Ja, ich bin so wie eine Frau Es sind zwei Stücke oben drüber Ich bin so wie eine Frau Es sind zwei Stücke oben drüber Ich hab noch eine Oder? Wo? Hier Geisel wurde nicht localisiert Mach mal da auf Ich warte, Koba, noch nicht Kars sind da Noch nicht Ach, Mann, einer lauf Jetzt Grohne, Mann Tja, weil ich zögern muss Gibt einer Camps? Ne, muss echt mal, ich muss echt mal, das ist ein neuer Start Ne, gleich Hast du doch schon Ne Das lag da Gerade lag das an meinem PC An der Auslastung Vom Arbeitssprecher Aber jetzt liegt es am Internet Camps, Camps Da kommt, äh, ein, äh, Blitz Kommt, äh, äh, mit einem Fuse Okay, da kommt drei Das müsste, das könnte ein Gleis gewesen sein Blitz ist bei mir Der hittet mich hart Kommt jetzt, kommt jetzt Ja, ja, dann renne ich Na, geil, ist jetzt so schön Oh, ne, ich leg mich hinter Da ist der Blitz Oder, ne? Der ist aber allein jetzt der Blitz Ja Ich glaub, da kommt er, hier Oh, fuck Oh, ich krieg schon, ne? Hab sie Okay, ich muss weg Oh, fett, Türe Äh, ne, da oben, Luke Ob, 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 ob Sind oben welche über euch WTF Chill ua, bei mir WTF WTF, das wurde ges... Vorsicht Na gut Sind da noch mehr über euch War nur einer Jungs, ist bei euch die Kassel war auch noch da Nö Die, du meinst, die sich hier Die hier, ist die Kassel war noch da Ja, die ist weg Die ist weg Bei mir nicht Die da Na die ist weg Bei mir nicht! Ich kann nichts sehen dadurch, mir ist die Castle Wand noch da. Oh, da ist noch einer! Ich schieße die ganze Zeit gegen die Castle Wand! Wer ist das tot? Bei mir sind alle Castle Wände noch da. Ich habe noch drei Leben, ich habe noch drei Leben. Zwölf. Nicht sehr, was haben wir? Voll, meinst du auch tot? Einer ist runtergekommen. Fuse ist runtergekommen. Pass hier auf die Tür auf. Ich wurde entdeckt. Mich auch. Ich wurde auch entdeckt. Ich brauche es tot! Ich brauche es tot! Bei mir hast du die Balken entfernt, damit ich durchschauen kann. Ja, das sieht sehr geil aus. Hier vorne, die Tür, die Tür! Geh da nicht hin! Komm herrüber! Ja, das war ziemlich gönig. Hier. Ja, die hat mich! Die hat mich! Die hat mich! Die hat mich! Die hat mich nicht getroffen. Alter, wenn man die scheiß Luft entfernen muss, um was zu sehen. Ja, weil es da was los ist, ja. Ich hätte def bleiben müssen. Wenn du def machst, bleib def. Vor allem, wenn wir 4 gegen 1 sind. 4 gegen 1. Der muss reinlaufen und kann nicht an 3 Spots auf einmal gucken. Ich war ja noch draußen, aber wenn ihr 3 Spots habt, kann der ja nicht 3 Spots auf einmal. Aber der kann ja nicht 180 Grad schießen. Oder 360. Genau, und Benni, besonders. Wieder auch schon Maschinenraum. Okay, die sind wieder Maschinenraum. Und Benni, dort ist auch eine Schrotze. Deswegen war es noch wichtiger, dass du Deathlabs, weil du nur aus der Erkrankung treffen kannst. Er kommt alle hinter mir hier. Komm, schieß mir doch schon die auf die Geisel, komm. Ne, der nimmt die Pistole. Ah, ah! Ah, daneben gesetzt, daneben, daneben Ruki. Ah, fuck. Na, Ruki, wird's nochmal? Wird's nochmal Ruki? Nö, die wollen meine nicht. Ich komm mit dir, ich bin mit mir zurecht. Ich finde die, ich bin gar nicht mehr. Ich gehe wieder Garage vorne. Diesmal nicht über mir wegschießen, Cooper. Wegsprengen. Was über dir? Ne, wie vorn hast du über mir weggesprengt? Ich hab 40 damage bekommen. Hat er Reinforced einer, wenn du jetzt schon über der Garage reinkommst? Ich glaub, du wurdest gewarnt. Trotzdem sag ich ja, da ist keiner, ich bin drin. Danach hast du noch gemacht. Garage ist Reinforced. Wobei das ist nicht ganz mittig. Einer läuft nach oben, der läuft nach oben. Mute. Nein, egal. Da hochgelaufen. Und der macht Capcanner. Aktives Verteidigungssystem. Zerstören. Warte mal. Scheiß auf die Pisten. Scheiß auf die Ketten. Braucht ihr die MP? Nö, nö, alles. Nö. Okay, hinten gerade durch in der Tür ist ne, äh, ist ne Dings, ist ne Mute. Kriegt ihr die irgendwie kaputt? Mute, warte, wo? Ist eine Kamera oder beide tot? Ist kaputt. Okay, passt schon. Am schön. Okay, anders von dem raus. Okay, ähm, direkt links, äh, ist ein Schild. Ich weiß nicht. Da ist Kapkan mit C4 rumgerannt. Ne, das ist leer und direkt rechts davon ist der Kapkan. Ja, der ist mit, der wartet bis ich reinkomme mit C4. Ja, und gerade hinten durch, gerade hinten durch. Warte mal. Gerade rechts, gerade links hinten durch ist noch, äh, ist noch der Mute oder, oder Smoke oder was es war. Naja, da ist Reinforced, wie es aussieht, oder? Dichte Wand. Der Kapkan wartet jetzt bis ich da komme mit C4. Ja, hinten, da hinten ist auch noch mal einer, da wo ich markiert habe. Da. Gerade hinten durch. C4. Ja, easy. Der hat mal jetzt C4, oder? Ja, die haben, ne, Puls, falls der Puls da ist, oder? Was ich sage, ja, pass auf, Zap, da, wenn du in die Richtung dich drehst, müsste auch noch mal einer sein. Der Kapkan. Ist in die Richtung. Ah, ich wurde von beiden Seiten. Oh, Zap, du bist, äh, äh, äh. C4, weg, 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 weg! Ja, so schnell komm ich nicht weg. Mute hat auch C4, okay, ne? Ja, hat er. Achtung, Benny, hier in diesem Geschoss ist der Puls irgendwo. Um, 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 im Countern. Wo, Cooper? Hier. Hier. Direkt, neben, direkt am Raum. Oh, oh. Oh nein, der steht hinten durch! Fuck! Ich habe ihn gesehen, gerade links, äh, gerade rechts hinten durch. Und einer ganz rechts hinten durch. Jenny, kannst du mir ja helfen, den Puls zu machen? Das ist wichtiger. Einer die Treppe. Also, einer auf der Treppe und zwei rechts. Und da ist noch einer! Oh! Ich werde drauf. Jenny, was machst du denn da? Reinkampf, Dude. Ich werde drauf. Mensch. Übrigens, auf der Treppe war einer dann. Ja, genau der. Ja. Nur noch einer vom eigenen Tromm. Er ist weggelaufen. Wurde auch nicht. Da war der Platz. Na, da ist er weggelaufen. Scheißrunde. Und dann dreht er sich nach oben in den letzten... Ach, Mann. Er hat sich ja in den Steps gehört, du bist gesprintet. Fehler. Ja, er wollte ihn auch erreichen, bevor er abhaut. Das hat er aber gehört. Mhm, ja. Ich glaube, der wollte eigentlich ursprünglich durchs Fenster raus und nicht dann von hinten... Ja, das wollte er. Und sonst würde ich einfach mal ansteppen, so ein, zwei Steps, und dann wieder crouchen, weil dann kommen die wieder zurück und dann hättest du in den Schießtower gehen können, weil im Laufen, wo du das kannst ja nicht schießen. Wenn du verstehst, wie ich das mein. Nö, äh... Die Geisel muss geschützt werden. Den Raum sichern. Mhm, mhm, mhm. Ah ja, kannst du da in den Balkan setzen, deine? Ja, ich mach' den. Hallo? Ich stehe direkt daneben und dann will Panzerplatte machen. Oh mein Gott. Kannst doch gleich noch machen. Mute ist erstmal wichtiger. Ja, ist aber scheiße. Ja, ich wage aber gerade dabei, das zu machen. Okay, jetzt ist eh egal. Schlitz. Was ist egal, habt ihr das Ding aufgemacht oder was? Wo ist denn die reingekommen? Weiß hier einer, wo der reingekommen ist? Hm, 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 hm. Wo Schlitz? Ja. Ja. Wo Schlitz? Ne, wo Schlitz ist hier keiner? Ja, dann weiß ich nicht, wie die reingekommen ist. Kuba macht da noch mal neu, hier die Kasse, war bei mir hier. Ich muss noch mal raus. Das muss noch mal raus. Kannst nicht da, kannst nicht daraus hin. Hier ist noch eine Reinforcement, hier brauchen wir noch eine. Wir brauchen noch drei Reinforcements, theoretisch hat noch eine. Ich hab keine mehr. Ich hab keine mehr. Ja, Kuba, Kassewand. Kuba. Ja, ich war... Macht's hier noch Kasse? Da noch Wand. Ich weiß nicht. Die Reinforcements, die man hat, reichen für die Räume hier gar nicht. Das ist so ein Bullshit. Ist auch bei vielen Räumen hier so, wenn nicht bei allen. In der Tat. Da hinten. Ja, ich glaub auch. Ja, die haben ja schon Mewet weggeschossen. Ja, der hat einen auf der Camp gehabt, da ist einer. Der Sledge. Die sind mit Drohnen rein. Ah, da rechts von dir. Ja. Sledge ist da. Hat einfach aufgeschlagen. Ja, weil das Reinforcement gefehlt hat. Das ist weil wir keine Hammer mehr. Ja. Ah, da sind überall die Scheißdinger, ey. Warum... Aha. Nicht von den Drohnenkürre machen lassen. Ja, Glass haut mich weg, ey. Bernie, du weißt, andere Tür. Guck da drauf. Die Tür war nur noch so wenig. Bernie, andere Tür. Das ist schlecht. Vereimt. Da, da, die Tür, Daniel. Ja, aber da ist noch einer reingekommen. Ah, und jetzt werde ich sterben. Glass, Glass, neben dir, rechts. Da waren zu viele. Ja, ich weiß. Hättest du dich mit einem einig werden müssen? Nicht auf alle gehen. Ja. Ja, ich wollte ja auf den Sledge gehen. Ja, da. Der Glass ist auch fast tot. Wenn du den Tisch losst, dann kannst du sie alle holen. Ja. Sehr schön. Haben die die Geise schon? Nö. Ja. Haben sie. Fuck! Ich hab doch was gesagt mit Geisel gesichert oder so. Ja, Alter. Das stand irgendwo. Oh Mann, ey. Das kann nicht angehen. Und wieder aus 2-0 zum 2-2, ey. Nach unserer Pause facken wir jetzt echt drum hier, ey. Bin zu spät gekommen. Jetzt hab ich die Wichsjacht, ey. Ich kenn die Map zwar jetzt, aber die ist trotzdem scheiße. Sag ich dir doch wieder, wie scheiße das ist. Fünf Sekunden früher und ich hab Daniel gerettet, ja. Ich hab uns den Raum befestigen. Alter, wieso sind die Reinforcements so Mini-Vini? Das ist richtig behindert. Das ist echt. Mini-Vini, auch nicht schlecht. Das ist hier wieder so ein kleiner Puffraum vor dem Herrn. Ja, setzt nicht so viele Leute hier rein. Ja, deswegen, eigentlich müssten wir da noch raus. Ja, werden wir auch. Sollten wir auch. Noch mal schnell Reinforce- äh, noch mal schnell Rüstung. Ja, aber jetzt nicht alle rausrennen. Wir müssen uns jetzt einigen. Ich bleib drin. Ja, ich geh raus. Ja, ich will in den Forks 2 erreichen. 3 am besten drin. Ja, ich würd 3 drin lassen. Machst du da auf? Ja, 2 erreichen für raus. Ja, Daniel, mach keine neue Balkade. Nee, warte. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Lass Kuppa raus. Oben rein. Drohne. Warum machst du da? Hä? Warum? Ich wollt doch da... Ich will doch raus. Ja, jetzt kannst du da barrikadieren. Jetzt wollte ich ein Deck. Geil. Jetzt wüsst nicht, dass ich hier unten umlaufe. Gibt's aber auch nicht viele gute Spots zum Verstehen. Da ist eine Drohne immer noch unterwegs. Ja, lass dich nicht ablenken. Die kommen langsam hier rein, Daniel. Das regt mich trotzdem auf. Ja, die werden von hier, wenn ein paar reinkommen. Pass auf. Da ist Sledge. Kann ich hinter die Geisel irgendwie gehen? Nee. Wenn wir jetzt nicht mit in einer Runde wären. Du kannst nicht im Geisel kommen, sonst konzentriert euch. Konzentriert euch. Oh, oh. Da ist Sledge nochmal. Mann. Nein, das war nicht gut von mir. Nein. Oh Gott. Hab's verarbeitet. Sehr schön. Oh, Granate. Ja, hier schon. Das sind Steps. Oh Gott. Pass auf, Sledge. Oh Gott, da ist der Sledge. Nein, nein, nein. Er wollte grad sagen, pass auf, Sledge kommt da. Ach, Mann. Da ist Koopa, sehr geil. Da ist noch ein Twitch. Hab ich schon. Twitch ist genauso gestorben wie Firmheit. Ah, geradezu ist der Sledge in dem Gang. Bleib da, bleib da, bleib da. Ist klar drückt mir instanten Header der Wichser. Der ist links von dir, Koopa. Ja. Oh mein Gott. Geh runter. Lass, bleib, bleib. Der muss reinkommen. Der muss reinkommen. Bleib so. Ich muss hier durch die Tür kommen. Guck rechts vom Tisch, Koopa. Rechts vom Tisch. Der kann von oben doch springen und mich abknallen. Auf die Schlitze müssen wir aufpassen. Rechts von dir, Koopa. Rechts. Auch von oben. Oben. Drohne. Das ist Ablenkung. Ich weiß, ich wurde entdeckt. Das ist Ablenkung. Egal. Bleib liegen. Geh ins Schießduell. Ja, wahrscheinlich kommen die von rechts oder irgendwo und killen mich. Ist egal, Koopa. Chill. Okay. Ist ja gut. Da, da, da. Der springt gleich. Nein, alles gut, Koopa. Ohne geworfen. Ne, smoke. Geh neben uns. Nicht schießen, Koopa. Du hast keine Muni, wenn der Sledge kommt. Links von dir. Das sind nur noch zwei. Das ist der Gläser, der die da schießt. Nachladen, Koopa. Ja. Bleib, bleib so. Und vor allem müssen sie dann noch an Zapp und Bernie vorbei. Ja. Da. Ja, okay. Ach, shit. Jetzt ist er von rumgekommen. Egal. Die müssen da durchkommen. Die kommen da durch. Da kommt der Sledge. Sub, geh hinter das Schild da. Einer nicht hinter mir ist ein... Geh hinter das Schild. Das ist echt gefährlich. Nein, der liegt im Dings drin. Einer hat sich in die, äh, Dings gelegt. In die, äh... Der smogt er die ganze Zeit. Werf... Werf deine ganze Smog sein, dass der stirbt. Durch die Frostfalle. Der ist doch einer in die Frostfalle gelaufen oder nicht? Ja, an den Türen war das. Eine von den beiden Türen. Hinten oder vorne. Ich weiß noch nicht genau, wo. Warte ihm ab mit der letzten Smog. Ja. Bernie guckt auf die Tür. Die wissen nicht, wo Bernie ist. Perfekt aufs Wort, Bernie. Aber reagier gut, bitte. Kannst du dich auf der anderen Seite irgendwie rüberlehnen gucken? Ja, pass auf, dass du dieses Fenster nicht reinkommst. Guck mal links. Ja, das... Wie war das jetzt möglich, Bernie? Fuck! Mission gescheitert. Eigener Druck neutralisiert. Es kann nicht was sein. Yo. Bernie, woher wusstest du die, dass du da bist? Ich hab keine Ahnung. Er konnte nicht durch... Er hat keine Tone drin jetzt. Wobest du entdeckt? Nein. Definitiv nicht. Der hat einfach so auf den Weg geschossen. Ja, der Sledge hat wusste auch sofort, dass ich da im Gang bin beim Countern. Wichshuren, Wichser, Hacker. 4 gegen 2 und auf letzten entscheidenden Runde. Wir führen 2-0, die waren zu viert und die haben drei Runden zu viert. Gut. Da machst du nix. Grunds. Dann gegangen bist du komisch. Gekker. Dramatik. Und das war's. Los. Dos.